Grüezi und herzlich Willkommen zum Webinar Datenschutz im Recruiting. Mein Name ist Daniela Zwicker und ich freue mich, Sie heute durch das Webinar zu begleiten. Wir werden uns zuerst die allgemeinen Ziele und den Geltungsbereich des REFDSG anschauen. Danach gebe ich Ihnen einen Überblick über die Neuerungen und beantworte die Frage, wer haftet. Wie im Titel des Webinars versprochen, legen wir dann den Fokus auf den Einfluss im Recruiting und haben dafür auch eine Checkliste zusammengestellt. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich an dieser Stelle noch den Hinweis geben, dass es sich bei diesem Webinar um keine rechtsverbindliche Rechtsberatung handelt. Das bisherige DSG ist aus dem Jahr 1992, als das Internet noch nicht kommerziell genutzt wurde, also in der digitalen Welt uralt. 2008 wurde es ein Teil revidiert. Die Grafik zeigt, wie stark die Internetnutzung in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Dementsprechend notwendig ist die Überarbeitung des DSG auch im Hinblick auf die technologischen Möglichkeiten. Viele Unternehmen sind bereits heute von der DSGVO aus dem EU-Raum betroffen, da Kunden und Mitarbeitende aus der EU kommen können. Das revidierte Schweizer Gesetz gleicht sich daran an. Doch welche Ziele verfolgt das RIF-DSG überhaupt? Zum einen sollen die Rechte der betroffenen Personen gestärkt werden. Damit einher geht auch ein grösserer Schutz für die Persönlichkeit. Zum anderen soll die Transparenz und Selbstbestimmung erhöht werden. Ebenfalls ist von einem risikobasierten Ansatz als Leitlinie die Rede. Dies bedeutet, dass bereits bei der Planung von digitalen Projekten der Datenschutz mit einbezogen werden soll. Es sollen somit die Risiken für Privatsphäre und die Anforderungen an den Datenschutz von Anfang an eine Rolle spielen. Vom DSG betroffen sind gemäß des Artikel 2 fast alle, die personenbezogene Daten natürlicher Personen bearbeiten. Was alles unter Bearbeiten fällt, sehen Sie auf dieser Folie. Grob gesagt fallen sämtliche Aktivitäten darunter, die während eines Daten-Lifecycles von der Beschaffung bis zur Löschung anfallen. In den nächsten Minuten gehen wir auf die allgemeinen Neuerungen des REF-DSG ein, ergänzt mit den ersten Hinweisen, welchen Einfluss diese Neuerungen auf die Rekrutierung haben. Die spezifischen Auswirkungen auf den Rekrutierungsprozess schauen wir uns dann im Anschluss an. Das Gesetz regelt neu nur noch den Umgang mit Daten von natürlichen Personen. Daten von juristischen Personen wie Gesellschaften, Vereinen oder Stiftungen sind nicht mehr enthalten. Das DSG unterscheidet zwischen Personendaten und besonders schützenswerten Daten. Zu den besonders schützenswerten Personendaten zählen unter anderem Informationen betreffend Gesundheit, Intimsphäre, strafrechtliche Verfolgungen oder religiöse, weltanschauliche oder politische Ansichten. Neu dazu gehören auch genetische und falls eindeutig identifizierbar auch biometrische Daten. Die Konzepte Privacy by Design und Privacy by Default werden neu im Gesetz verankert. Die Idee dahinter ist, dass bereits bei der Planung eines Projekts, Prozesses oder einer Software technische und organisatorische Schutzmassnahmen zu treffen sind und den Datenschutz zu gewährleisten. Privacy by Design bedeutet auch, dass Applikationen so ausgestaltet sind, dass die Daten automatisch anonymisiert oder gelöscht werden, wie dies beispielsweise in Dual-Outer Fall ist. Bei Privacy by Default geht es darum, dass die datenschutzfreundlichste Voreinstellung standardmäßig aktiv ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass nur die wirklich nötigen Daten abgeholt werden. Unternehmen können nach Artikel C des REF DSG einen Datenschutzberaterin oder einen Datenschutzberater bestimmen. Sie wirken beim Erlass von Nutzungsbedingungen und Datenschutzvorschriften mit und beraten und schulen das Unternehmen. Im Gegensatz zur DSGVO ist jedoch ein solcher Berater nicht zwingend. Eine Ernennung kann jedoch bei der Datenschutzfolgenabschätzung Erleichterungen bringen. Die nächste Frage hier wäre dann natürlich, was diese Datenschutzfolgenabschätzung ist. Diese muss vorgängig gemacht werden, wenn eine geplante Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte einer betroffenen Person mit sich bringen kann. Ein solches Risiko ist insbesondere dann gegeben, wenn ein Profiling mit hohem Risiko oder umfangreiche Bearbeitungen besonders schützenswerter Personendaten geplant sind. Wir gehen davon aus, dass auch die Persönlichkeitsanalyse dazugehört, da in diesem Fall eine automatische Auswertung von Personendaten erfolgt, bei welcher wesentliche Aspekte einer Persönlichkeit analysiert werden. Ebenfalls relevant wird eine solche Erfolgenabschätzung, wenn medizinische Daten des Bewerbenden eingeholt werden. Diese Abschätzung sollte unter anderem die geplante Bearbeitung beschreiben, die Risiken bewerten und die getroffenen Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte aufzeigen. Unabhängig vom Risiko müssen Verantwortliche ein Verzeichnis über sämtliche Datenbearbeitungen führen. Der Bundesrat hat jedoch in der Verordnung zum DSG eine Ausnahme für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden erlassen, wenn weder besonders schützenswerte Daten im grossen Umfang bearbeitet werden, noch Profiling mit erhöhtem Risiko durchgeführt wird. Klassische Bewerberdaten fallen noch nicht unter diese Kategorie. Wenn jedoch medizinische Informationen eingeholt werden, wie zum Beispiel bei Lokomotivführern oder Piloten, dann schon. Die Informationspflicht wird ausgebaut. Neu müssen bei jeder beabsichtigten Beschaffung von Personendaten die betroffenen Personen vorgängig informiert werden. Dies kann zum Beispiel über eine Datenschutzerklärung erfolgen. Wichtig ist hier, dass diese nicht irgendwo zusammen kopiert wird und sich auch nicht nur auf die Webseite bezieht, sondern umfassend die Datenbearbeitung behandelt, zum Beispiel auch in der Rekrutierung. Die betroffenen Personen haben das Recht, Auskunft über die bearbeiteten Daten zu verlangen. Das REFDSG enthält eine erweiterte Liste mit Mindestanforderungen oder Mindestinformationen, die herausgegeben werden müssen. Dazu gehört beispielsweise auch die Aufbewahrungsdauer der Daten. Bei Verletzung der Datensicherheit besteht eine Meldepflicht an den EDIP. Das ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter. Diese zeitnahe Meldung ist gemäss Artikel 24 Pflicht, wenn für die Betroffenen ein hohes Beeinträchtigungsrisiko ihrer Persönlichkeit oder der Grundrechte besteht. Ob eine Meldepflicht besteht, muss im Einzelfall bewertet werden. Ein klassisches Beispiel wäre der Cyberangriff, bei dem die Daten an unbefugte Dritte kommen und allenfalls sogar veröffentlicht werden. Gemäss Artikel 60 fortfolgende können private Personen mit bis zu 250.000 Franken gebüßt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die verantwortliche Person vermutlich in leitender Funktion haftet. Wenn die Ermittlung der strafbaren natürlichen Person innerhalb des Unternehmens unverhältnismässig viel Untersuchungsaufwand mit sich bringen würde, kann auch das Unternehmen selbst mit bis zu 50.000 Franken gebüßt werden. Hier reicht das DSG von der DSGVO ab. Die Sanktionen nach DSGVO richten sich ausschliesslich gegen juristische Personen. Die Datenschutzbehörden in der EU können gegen fehlbare Unternehmen Bussen mit bis zu 20 Millionen Euro, respektive 4% des weltweiten erzielten Jahresumsatzes aussprechen. Im letzten Teil legen wir nun den Fokus auf das Recruiting. Wir orientieren uns dafür am Bewerbungsprozess, starten jedoch sogar noch etwas früher, nämlich mit der Planung. Hier beginnen bereits die datenschutzrelevanten Verpflichtungen. Die Verantwortlichen sind zum Beispiel dazu angehalten, die Datenbearbeitung technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass die Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Diese Massnahmen sollen dem Stand der Technik entsprechen. Insbesondere die Grundsätze nach Artikel 6 sollen dabei berücksichtigt werden. Dazu gehört unter anderem die Einwilligung, falls benötigt, oder die Anonymisierung. Diese Punkte sollten bereits bei der Planung des Prozesses miteinbezogen werden. Ebenfalls sollte im Voraus die Datenschutzfolgenabschätzung gemacht werden, die, wie bereits erwähnt, zum Zug kommt, wenn die Bearbeitung ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringen kann, wie beispielsweise bei einer Persönlichkeitsanalyse. Bei der Bewerbung sollte die Informationspflicht beachtet werden. Dieser kann am einfachsten via eine Datenschutzerklärung nachgekommen werden. Darin können die nötigen Informationen, die gemäss Gesetz gegeben werden müssen, erläutert werden. Dazu gehört zum Beispiel die Identität und die Kontaktdaten der Verantwortlichen, aber auch der Bearbeitungszweck. Die Informationspflicht besteht unabhängig davon, ob die Bewerbung per Post, E-Mail, ein öffentliches Jobportal, die eigene Webseite oder eine Bewerbermanagementsoftware erfolgt. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass nur die Daten erhoben werden, die für die zu besetzende Stelle notwendig sind. Hier spricht man von der Datenminimierung oder Sparsamkeit. Dieser Grundsatz wirkt sich vor allem auf das Bewerbungsformular aus, welches nur die wirklich benötigten Daten vom Bewerbenden abfragen sollte. Bei der Bearbeitung spielen folgende Punkte eine Rolle. Die Datensicherheit muss gewährleistet sein. Die Daten von Personen müssen durch angemessene organisatorische sowie technische Massnahmen vor dem unbefugten Bearbeiten und Zugreifen geschützt werden. Hier sind Zugriffs- und Berechtigungskonzepte wichtig. Der Zugriff sollte auch innerhalb des Unternehmens auf die Personen beschränkt sein, welche für den Rekrutierungsprozess verantwortlich sind bzw. an den Entscheidungen beteiligt sind. Die Verzeichnispflicht und das Auskunftsrecht habe ich bei der Neuerung des REFDSG bereits erwähnt. Das Auskunftsrecht ist übrigens grundsätzlich kostenlos und hat in der Regel innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen. Neuem Gesetz verankert wurde das Profiling. Es hat einen Einfluss auf die Rekrutierung. Darunter fallen nämlich automatisierte Bearbeitungen für Personendaten, um bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten. Dies insbesondere in Bezug auf Arbeitsleistung, Interessen oder Verhalten. Also der klassische Fall einer Persönlichkeitsanalyse. Hier wird dann auch die Datenschutzfolgenabschätzung Pflicht. Wenn der Bearbeitungszweck nicht mehr gegeben ist, dürfen die Daten nicht mehr bearbeitet werden. Und wie wir vorher gehört haben, zählt auch die Speicherung zu Bearbeiten. Das Gesetz erwähnt explizit, dass solche Daten anonymisiert oder gelöscht werden müssen. Spezifische Aufbewahrungsfristen hinsichtlich der Daten gibt das REFDSG nicht vor. Diese werden in zukünftigen Gerichtsentscheiden je nach Fall geklärt. Bezüglich Inländerfonds haben wir vom Migrationsamt St. Gallen die Auskunft erhalten, dass Sie Dossier und die jeweiligen Absagegründe in der Regel sechs Monate zurück anschauen. Dies ist relevant, wenn ein Mitarbeitender aus einem Drittstaat angestellt wird. Genau aufgrund dieses Artikels enthält das letzte Update im Dualoo die neue Funktion Anonymisierung. Sie können individuell in den Einstellungen definieren, nach wie vielen Monaten nach der Absage Ihre Dossier anonymisiert werden sollen. Schnupperlehren und Talentpool werden natürlich separat behandelt. Wenn der Bewerbende dazu Mitarbeitenden wird, ist es zudem wichtig, die Informationspflicht auch für die Anstellung wahrzunehmen, also eine interne Datenschutzerklärung abzugeben, was mit den Daten während der Anstellung passiert. Rechtliche Themen sind nicht immer einfach zu verdauen und Gratulation, dass Sie bis hier durchgehalten haben. Wir haben alle Informationen in folgender Checkliste zusammengefasst. Starten wir mit der Datenschutzerklärung. Ist diese auf der Webseite und insbesondere bei der Bewerbung vorhanden, enthält sie alle benötigten Informationen. Mit Dualoo ist dies im Zusammenhang mit der Rekrutierung grösstenteils bereits erledigt, da die KandidatInnen bei der Bewerbung die Datenschutzerklärung von Dualoo akzeptieren. Damit auch die verantwortliche Kontaktperson und allfällige weitere Datenbearbeitungen auf Ihrer Seite erwähnt sind, empfehlen wir Ihre individuelle Datenschutzerklärung in der automatischen Eingangsbestätigung zu verlinken. Weiter stellt sich die Frage, ob ein Verzeichnis der Bearbeitungsaktivitäten für Ihr Unternehmen verpflichtend ist und wie sieht es mit der Datenschutzfolgenabschätzung aus. Definieren Sie auch einen Prozess für die rasche Erfüllung des Auskunftsrechts, also für Anfragen von KandidatInnen. Aktelle übernimmt diese Rolle bei Dualoo Raphael Mösch, da er als Datenschutzverantwortliche in der Datenschutzerklärung aufgeführt ist. Das heisst, wenn er kontaktiert wird, bezieht er unsere Kunden in den Fall mit ein und schaut, dass alle Anfragen zum Datenschutz korrekt beantwortet werden. Ebenso empfehlen wir, den Prozess bei Datensicherheits- oder Datenschutzverletzungen zu definieren. Stellen Sie sich am besten auch die Frage, wie Sie Personendaten, für welche Sie keinen Bearbeitungszweck mehr haben, löschen oder anonymisieren. Mit der Anonymisierungsfunktion von Dualoo haben Sie dies, wie bereits erwähnt, schon erledigt. Werfen Sie zu denn einen Blick auf Ihre Zugriffs- und Rollenkonzepte. Haben wirklich nur die Personen Zugriff auf die Daten, welche Sie auch für die Bearbeitung und Entscheidungsfindung benötigen? Und holen Sie im Bewerbungsformular bei den KandidatInnen nur die wirklich nötigen Informationen ab? Last but not least, informieren und schulen Sie Ihre Mitarbeitenden über die Wichtigkeit und die wichtigsten Punkte des Datenschutzgesetzes. User sind oft gute Angriffsflächen für Hacker. Damit wären wir am Ende von unserem Webinar und ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Im Namen vom ganzen Dualoo Team wünsche ich Ihnen nun noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.